Die Lackindustrie im Allgemeinen und wir im Speziellen sind aktuell stark belastet. Die Auswirkungen der Krise 2009 haben wir noch nicht überwunden. Auf den Rohstoffwerken sind wir mit Kostensteigerungen, Engpässen und Zuteilungsproblemen konfrontiert. Für weitere Kostensteigerungen besteht kein Spielraum. Diese sind für uns nicht tragbar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Lackindustrie im Allgemeinen